Hat das was mit Sauermachen zu tun? Aus, die Maus! Feuer an! Nö! Hast du da schon mal zu mir gesessen in sowas? Welches Fass? Komm her, du bist leicht. Weiß, weiß. Was? Du bist 20 Kilo leichter wie ich. Dann setz dich doch erst mal rein. Dann kann doch nichts passieren. Ja, warte, da treibt es rund. Hält nicht. Nee. Hast du das grabe gemacht? Das ist auch grabe gemacht. Da hast du jetzt nicht gesehen. Du müsstest hier noch einen. Beton, ja doch. Ganz frisch. Mist. Viele Flachen. Das ist wirklich dick, oder? Ja, die sagt, das geht nicht. Wir können dann Kaffee trinken. Ja. Viel gefressen. Heißt doch keine, so. Steine drin. Ja, trotzdem. Viele Lakritzen. Lakritzen hast du das? Viele Lakritzen. Und die Windbeute. Und die Windbeute. Und die Windbeute. Ich glaube, das ist ein Kaffee. Ich habe doch vorhin nicht reichen. Weiß doch. Sonst machst du doch auch früh. Was denke ich? Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Ja. Jetzt noch so eine Gegenstütze. Und der klemmt ist er bei dir. Unter deinen Haken hier oben. Das ist so schrägig zu dir. Dann geht's. Bin zu dick. Niedslegung. Lepiejung. Wie sicherlich. in die Bühne. Von 2. Bis dahin. In die Bühne. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. ein kopf 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 ich schnippse mal dreimal ich schnippe mal dreimal Was ist das? Was ist das? Es liegt da. Es liegt da.